Servus und Mädels, jetzt machen wir nochmal Pizza, die zweite, praktisch ein Update, weil bei der ersten habe ich natürlich vergessen, die Unterhütze zum Einschalten. Das habe ich jetzt noch geholt und jetzt schaut das praktisch so aus, jetzt haben wir nochmal zwei gemacht und meine Kollegen, die gekommen sind, mein Besuch, die werden das jetzt probieren und werden da ein Urteil angegeben davon. Wenn es Ihnen gefallen hat oder wenn es Ihnen gefällt das Video, beziehungsweise das erste mit der Pizza, dann bleibt es dabei und schaut es Ihnen an, viel Spaß dabei. Also gut, die haben jetzt besucht auch und die hoffe ich, dass sie jetzt das mal probieren und ein ehrliches Urteil angeben. Und am besten auch mal, dass man sich von unten sieht. Also probiert es. Mh, Churchill. Super. Where is the bone bone? Fantastisch. Huwe? Ein Monfreie. Shake Rost, shake Nussbrich. Gut. Sonny, was sagst du? Ich bin noch am probieren, ich brauche die zweite Scheibe. Ja, dann probieren wir mal. Ja, gleich. Aber die schmeckt schon mal ganz lecker. Ja. Also ist es diesmal ein bisschen besser geworden. Diesmal, also ist es immer ein bisschen besser. Das letzte Mal, wie gesagt, da habe ich eben vergessen gehabt, Unterhitz zu mal schalten. Und diesmal werden wir es mal probieren mit der Unterhitz, habe ich gesagt. Aber ich glaube, das kommt gut an. Aber der nächste Kandidat, wie schaut es aus? Was ist er diesmal geworden? Super, krass, der Boden. Einmal frei. Ja, ich glaube, das sieht man jetzt diesmal. Ja. Das hat hingehaut. Mhm. Also, ich muss mich dafür das erste Video entschuldigen. War in meinem Fall auch den Unterhitz vergessen zu einschalten. Aber das kann man ja noch holen. Indem, dass ich jetzt diesmal ein Update gemacht habe. Ich suche dann, bis zum nächsten Mal. Habt ihr Ehre.